Komm schon, komm schon! Verwandle dich sofort in eine Teetasse! Nein! Teetasse! Nein! Teetasse! Nein! Oh, Starlight! Ich kann doch nicht mit einem Trick, der nicht klappt, auftreten. Wieso klappt der denn nicht? Na ja, du sagst einfach nur laut Teetasse. Aber du musst sie dir auch bildlich vorstellen. Oh, ja, vielleicht liegt's daran. Wie soll deine Teetasse aussehen? Welche Farbe und welche Form hat sie? Ah! Starlight! Ich kann es! Ich kann es! Ich kann es! Ich kann es! Hey! Teetasse! 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 Weißt du, was du brauchst? Eine Teetasse! Ups! Ich dachte gerade an einen Teetassenpudel. Trixi, du hast meine Cupcakes ruiniert. Ich war nur so aufgeregt. Das war mein erster Transfigurationszauber. Zum ersten Mal echte Magie! Komm schon, bist du von mir beeindruckt? Yay! Trixi, du kannst wirklich gut zaubern und hast so tolles Haar! Gut gemacht, Trixi. Aber ich wollte den anderen die Cupcakes auf ihrem Freundschaftsausflug mitgeben. Pinky hat mir sogar ihr Rezept gegeben. Oh, du willst den Mädels ein paar Snacks mitgeben? Da kann ich dir doch helfen. Problem gelöst! Nicht ganz würdig sagen.